Wusstet ihr, dass ihr mit eurem Windows-PC SDR-Videos ganz simpel in Echtzeit in HDR konvertieren lassen könnt, während ihr das Video schaut? Nein, das werde ich euch jetzt hier in diesem Video präsentieren. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit eurem Windows-PC, sei es jetzt mit Windows 10 oder mit Windows 11, ganz einfach SDR-Videos in Echtzeit in HDR konvertiert. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Ja, so wie es in der Technikwelt natürlich normal ist, müsst ihr einiges an Voraussetzungen mitbringen, um dieses Feature überhaupt nutzen zu können, SDR-Videos live in Echtzeit in HDR-Videos konvertieren zu lassen. Ja, und was braucht ihr dafür? Wie ich gerade schon im Intro erwähnt habe, benötigt ihr einen Windows-PC, in diesem Fall entweder mit Windows 10 oder auch Windows 11. Dann benötigt ihr hier ganz zwingend eine NVIDIA-RTX-Grafikkarte, quasi eine NVIDIA-Grafikkarte mit Tensor-Kernen. Das kann hier in diesem Fall eine NVIDIA GeForce RTX 2060 sein oder auch eine 3050 oder 4070. Hauptsache ganz wichtig, es ist eine NVIDIA-RTX-Grafikkarte. Und um dann natürlich diese Funktion zu nutzen, dass die Tensor-Kerne hier in diesem Fall das SDR-Videos in HDR konvertieren, braucht ihr den aktuellsten Treiber. Und das ist in diesem Fall die Version 551.2.3 oder höher. Diese Version müsst ihr installieren, um hier in diesem Fall überhaupt diese Funktion freizuschalten. Die Funktion heißt nämlich RTX-Video-HDR, welche mit dem Treiber implementiert wurde. Um natürlich dann am Ende dieses ganze HDR-Erlebnis auch zu bekommen, dass das SDR-Video dann in HDR ausgegeben werden kann, braucht ihr selbstverständlich hier natürlich auch einen HDR-Monitor oder auch einen HDR-Fernseher, welcher das Signal dann dementsprechend auch entgegennehmen kann. Ja, wenn ihr die gesamten Voraussetzungen dann mitbringt und den Treiber installiert habt, könnt ihr quasi loslegen. Aber es gibt hier noch so ein paar Einschränkungen, denn es funktioniert nicht mit jedem Player und auch nicht global unter Windows, sondern es geht nur mit bestimmten Programmen. Und zwar ist es aktuell nur möglich, mit einem Chromium-Browser diese Funktion zu nutzen, zum Beispiel dem Microsoft Edge oder auch dem Google Chrome-Browser, als auch mit dem VEC Media Player und dem Media Player Classic BE. Wobei bei den beiden Playern konnte ich es jetzt nicht nachvollziehen, beide Player haben bei mir diese Funktion tatsächlich nicht ausgeführt. Ich konnte es jetzt nur im Microsoft Edge-Browser ausprobieren, das wird dann aber im Google Chrome-Browser genauso funktionieren. Okay, und wenn ihr das jetzt ganze mal ausprobieren wollt und schauen wollt, wie das aussieht, müsst ihr natürlich einige Dinge noch einstellen an eurem Windows-PC. Wenn ihr den neuesten Treiber, wie gesagt, installiert habt, müsst ihr jetzt in die Nvidia-Systemsteuerung gehen und dort unter dem Menüpunkt Video-Bild-Einstellung anpassen. Wenn ihr da rein geht, werdet ihr jetzt eine neue Funktion sehen und dort steht jetzt hoher Dynamik-Umfang. Diese Funktion müsst ihr jetzt hier aktivieren. Sollte sich das nicht aktivieren lassen, habt ihr versäumt, in den Windows-Einstellungen HDR zu aktivieren. Das könnt ihr wie folgt machen, und zwar mit einem Rechtsklick auf den Desktop, dann Anzeige-Einstellungen anpassen und dort dann den Menüpunkt HDR aktivieren. Bei dem Monitor, der auch natürlich HDR hier an dieser Stelle unterstützt. Habt ihr das aktiviert, müsst ihr an dieser Stelle dann noch unter Windows-HD-Color-Einstellungen gehen, das ist etwas weiter darüber, und dort natürlich auch das HDR-Video-Stream aktivieren. Das ist hier auch an dieser Stelle äußerst wichtig, so natürlich, dass dann auch entsprechend Videos in HDR dann auch entsprechend ausgegeben wollen werden. Und ich empfehle euch hier an der Stelle noch, das Windows-Design auf eine niedrigste NID-Darstellung einzustellen. Das heißt, das Windows-Design selber wird sehr dunkel, so dass ihr richtig den Unterschied sehen könnt zwischen HDR-Video und SDR-Video. Das habe ich für mich jetzt hier einfach mal eingestellt, vor allem auch für das Video, so dass man das richtig gut sehen kann. So, habt ihr das dann soweit alles eingestellt, könnt ihr jetzt quasi loslegen und jetzt in euren Webbrowser gehen, wie zum Beispiel in den Microsoft Edge-Browser, und als Beispiel auf YouTube gehen und dort ein Video abspielen, und dann sollte ganz automatisch das Video in HDR konvertiert werden. Das könnt ihr auch dann nochmal nachprüfen, indem das ihr dann einfach in dieser Video-Bild-Einstellung anpassen, in der NVIDIA-Systemsteuerung sehen könnt, dass unter Status dann aktiv steht. Steht da inaktiv, wird diese Funktion nicht ausgeführt, und irgendwas stimmt nicht ganz mit der gesamten HDR-Kette. An dieser Stelle könnt ihr das dann, wie gesagt, prüfen, und dann könnt ihr auch sehen, okay, das Bild wird merklich heller und wird deutlich dynamischer konvertiert aus SDR in HDR. Und um das Ganze nochmal ein bisschen mehr darzustellen, habe ich für euch tatsächlich jetzt hier entsprechende Videoaufnahmen vorbereitet, die ich in HDR aufgenommen habe und dementsprechend dann jetzt in SDR gemappt habe, um das jetzt hier in diesem YouTube-Video wundervoll darstellen zu können. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, da wir uns ja hier auf dem Kanal sehr ausführlich mit Fernseher, HDR, Videotechnik und so weiter auseinandersetzen, ist es natürlich äußerst interessant zu schauen, taugt diese ganze Sache denn jetzt durchaus etwas. Denn ich muss ganz ehrlich mit euch sein, ich war da sehr, sehr skeptisch, was das Ganze angeht. Denn so ein simples Konvertieren von SDR in HDR ist gar nicht mal so einfach und kann ganz schnell dafür sorgen, dass Videos zu überbeleuchtet werden, ein zu starkes Over-Tour-Mapping gibt, wodurch das Bild dann total überstrahlt wirkt. Und ich bin da auch so ein bisschen reingegangen und dachte, okay, vielleicht ist es auch irgendwie so eine Filtertechnik. Wobei, wenn man uns jetzt hier schon über Tensor-Kerne unterhält, Nvidia GeForce RTX, dann kann man da schon von ausgehen, okay, das ist jetzt nicht unbedingt eine reine Software-Geschichte, sondern hier wird auf Hardware-Ebene die gesamte Sache konvertiert. Natürlich muss man das ein bisschen betrachten, dass man natürlich jetzt nicht ein absolut akkurates HDR aus einem SDR-Video herausholen kann. Da muss die Software so ein bisschen erraten, was könnte jetzt hier heller sein, was könnte dunkler sein, wie stelle ich die Dynamik ein. Da gibt es sehr viele Variablen, die natürlich hier von dieser Software bedacht werden müssen. Trotzdem, wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, wenn man jetzt diese Funktion ein- und ausschaltet, da habe ich einen netten Clip mal zusammengestellt, wo ich diese Funktion immer in Echtzeit ein- und ausschalte, kann man schon ganz gut sehen, wie das YouTube-Video, welches ich im Hintergrund laufen lasse, wirklich in Echtzeit von SDR in HDR konvertiert wird. Das sieht man richtig deutlich, dass das Video dann wesentlich dynamischer in der Darstellung wird, die Helligkeit wird höher, die Farben werden leuchtintensiver und an sich wird das Video wesentlich dynamischer. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das dann schon so live gesehen habe, dachte ich, okay, Wahnsinn, gar nicht mal so schlecht die ganze Sache. Dass das vor allem so schnell in Echtzeit funktioniert und dass das Ergebnis am Ende tatsächlich durchaus brauchbar ist und dass die GeForce-Grafikkarte, die RTX-Grafikkarte jetzt hier durchaus, ich sage mal, ein kleines feines Händchen dafür hat, wirklich diese feinen Lichtunterschiede genau zu interpretieren aus einem Video, was einen Lichtwert hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist ja nicht so, dass das Grundmaterial irgendwie liefert, okay, diese Bereiche sind so hell, diese Bereiche sind so hell, sondern da gibt es einen Lichtwertpunkt. Und dass hier jetzt natürlich das so sauber in HDR konvertiert wird, ist gar nicht mal so verkehrt. Und ich habe jetzt hier auch noch einen schönen Side-by-Side-Vergleich für euch mal zusammengeschnitten, dass ihr das auch nochmal sehen könnt, wie das dann wirklich aussieht. Und getestet habe ich das Ganze jetzt an einem AGG3E-WOLED-TV im Filmmaker-Mode nach Norm eingestellt. Perfekte 6500 Kelvin und hier ungefähr 1400 Nits Spitzenlichtleistung. Dies gepaart mit einem Windows 10 PC, welcher hier mit einer NVIDIA GeForce RTX 3050-Grafikkarte arbeitet. Und wenn ihr euch diesen Side-by-Side-Vergleich jetzt mal anschaut, könnt ihr wirklich ganz deutlich sehen, dass so feine Lichtdetails, so wie Lampen oder auch Sonnen oder auch Lichtreflektionen oder auch Farbspiegelung richtig intensiv herüberkommen und wirklich glaubhaft. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das wirklich so gut funktioniert. Also klar, man kann natürlich jetzt hier an dieser Stelle streiten. Natürlich wird dieses SDR-Video in seiner, ich sage mal, Darbietung in seiner Kunst natürlich nicht mehr so dargestellt, wie es eigentlich sein sollte. Aber trotzdem ist es spannend, vor allem technisch das mal zu sehen, wie gut es möglich ist, mittels dieser Tensor-Grafikkerne, dieser GeForce RTX-Technik, hier an dieser Stelle SDR-Videos in HDR in Echtzeit konvertieren zu lassen. Und damit gibt es durchaus viele Möglichkeiten, auch zum Beispiel, wenn man jetzt einen Windows-PC als Blu-ray-Player nutzt, als Home-Theater-PC, dass man da vielleicht in der Zukunft durchaus die Möglichkeit hat, klassische Blu-rays in Echtzeit in HDR konvertieren zu lassen. Das wäre zum Beispiel etwas, was sehr spannend wäre. Und wenn diese Funktion irgendwann in Zukunft möglich ist, zum Beispiel über so eine Software wie PowerDVD, dann wäre das vielleicht etwas, was wir uns hier auf dem Kanal nochmal anschauen sollten. Auf jeden Fall bin ich sehr überrascht gewesen, dass dieses RTX-Video-HDR wirklich so gut funktioniert. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mehr als überrascht, wie gut diese gesamte Technik funktioniert. Aber ich bin jetzt auch sehr neugierig darauf, was sagt ihr denn eigentlich zu dieser ganzen RTX-Video-HDR-Technik? Habt ihr das Ganze schon mal ausprobiert? Und wenn ja, wie seid ihr mit dem Ergebnis zufrieden? Und wie habt ihr das Ganze empfunden? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Ich bin schon sehr gespannt darauf, was ihr so berichtet. Ja, und somit sind wir jetzt am Ende dieses Videos angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr in Zukunft solche spannenden Videos wie dieses hier nicht verpassen wollt, solltet ihr auf jeden Fall das kostenlose Abonnieren sowie das Aktivieren der Glocke meines Kanals nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall eine schöne HDR-Zeit. Und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!